Am Kader, wo es ein Neuhalteschen Engagement hat, die Post für eine Pro-Juhe des Ideen hat, tierischer Wusenge-Gebäuer für eine grange Energieproduktion zu nutzen. Zusammen mit Innovos gab 2019 eine Echt-Voltaik-Anlehr, um der vom Zentrum der Trie zu Betenbüsch angeweiht. 2021 gab nun selbeste Prinzip eine Zweit-Anlehr, an einem Logistik-Center um Rauschen installiert. Die Zweit-Anlehrer produzieren pro Jahr bei 1,2 Mio. Kilowattstunden um geringem Strom, was im durchschnittlichen Verbrauch von 286 Std. entspricht. Auf diese Weise gehen alljur 611 Tonnen und CO2 ausgespült. Fast das also nicht nur der Konsument, sondern auch der Produzent von 100% geringem Strom.